Ja, hallo! In diesem Video geht es um ein Problem, das auftritt, wenn ich die trigonometrische Form in die Exponentialform umwandle. Ja, normalerweise macht diese Umwandlung ja kein Problem. Ich übernehme einfach den Betrag hier und schreibe ihn hier hin. Und den Winkel, den habe ich hier mal phi genannt, der hier und hier steht, den übernehme ich und schreibe ihn in den Exponenten. Und schon habe ich hier meine Exponentialform. So, in Klausuraufgaben wird oft die folgende Falle gestellt und zwar erhält man eine Aufgabe, bei der hier ein Minus steht. Das darf ja nicht sein, bei der trigonometrischen Form muss hier ein Plus stehen. Ja, meistens übersieht man das und selbst wenn man das nicht übersieht, dann weiß man gar nicht, wie kriege ich denn dieses Minus weg oder besser gesagt, wie mache ich aus diesem Minus hier ein Plus, damit ich hier dieses Umrechnungsschema anwenden kann. Ja, das zeige ich euch jetzt in diesem Video und dazu brauchen wir folgende zwei Formeln. Ich schreibe die mal hier hinten hin. Ich sagte am Ende des Videos noch mehr zu den Formeln. Jetzt werden wir die zunächst einmal anwenden und zwar heißt die erste Cosinus phi gleich Cosinus minus phi und die zweite heißt Sinus phi ist das gleiche wie Minus Sinus minus phi. So, okay, die zwei Formeln werden wir brauchen. So, diese Formel hier, die werden wir allerdings in einer etwas anderen Form benutzen. Ich schreibe sie mal da drunter. So, und zwar wenn ich hier beide Seiten mit Minus 1 multipliziere, dann erhalte ich Minus Sinus phi gleich Sinus minus phi. Einfach nur beide Seiten dieser Gleichung hier mit Minus 1 multiplizieren. Gut, mein Problem war ja, ich möchte dieses Minus hier weg haben und das Minus steht ja vor der Sinus-Funktion. Also gut, das steht nicht genau davor, da steht ja noch ein i zwischen, aber ich kann das Minus ja schreiben als Plus minus 1 mal i mal die Sinus-Funktion und dann vertausche ich einfach hier diese beiden Faktoren. Dann steht das Minus hier vor der Sinus-Funktion. Also, aber das tut man sich normalerweise denken. So, also ich fange nochmal an. Mein Problem war, ich möchte dieses Minus wegbekommen und das steht vor der Sinus-Funktion und damit kann ich doch hier diese Formel anwenden. Ja, und die Formel sagt eben, wenn ich ein Minus habe, was vor einer Sinus-Funktion steht, dann kann ich das Minus weglassen und es stattdessen in das Argument schreiben, also vor den Winkel. Das Minus einfach vor dem Winkel schreiben mache ich das mal, dann wird da ein Plus draus und das Minus geht hier in den Winkel rein, in das Argument besser gesagt. So, und den Rest, den übernehme ich jetzt nur mal. Cosinus, Pi-Fünftel, alles klar. Und hier fehlt noch eine eckige Klammer. Ja, jetzt habe ich anscheinend mein Problem gelöst. Aus dem Minus wurde ein Plus, so wie hier gefordert. Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem, weil hier steht ein anderer Winkel als hier. Da muss ja der gleiche Winkel stehen, habe ich aber nicht. Ich habe einmal Minus, Pi-Fünftel und hier habe ich Plus, Pi-Fünftel. Aber da hilft mir die andere Formel, und zwar diese hier. Das machen wir mal wieder weg. So, die wende ich jetzt an und die sagt eben, wenn ich eine Cosinus-Funktion habe, wenn ich eine Cosinus-Funktion habe, dann kann ich einfach Folgendes machen. Ich schreibe ein Minus in das Argument rein. Ja, das darf ich bei einer Cosinus-Funktion machen. Also mache ich das mal. Ich schreibe einfach ein Minus in das Argument rein. Und jetzt sehe ich, jetzt habe ich beide Male den gleichen Winkel. Ja, also ich habe den Winkel mit dieser Formel hier oben nachträglich korrigiert. Gut, also fassen wir nochmal zusammen. Das Minus stört mich also hier. Das muss ein Plus sein. Ja, da habe ich also diese Formel hier angewendet. Dann habe ich allerdings durch das Anwenden dieser Formel einen anderen Winkel als hier erhalten. Ja, oder besser gesagt einen Winkel mit umgekehrten Vorzeichen. Deshalb habe ich diese Formel angewendet. Und jetzt habe ich hier ein Plus und beides mal den gleichen Winkel. Ja, und jetzt habe ich also genau diese Form, die hier oben auch angegeben ist. Und jetzt kann ich dieses Umrechnungsschema benutzen. Und das sagt eben, ich nehme hier den Betrag und schreibe ihn erstmal dahin. Das ist hier die Zahl 3. Und jetzt nehme ich hier den Winkel. Das ist Minus Pi Fünftel. Und schreibe ihn in den Exponenten der E-Funktion. Also Minus Pi Fünftel. Und natürlich kommt noch wie immer ein I dahin. Ja, das ist also meine Lösung hier. Ich schreibe das E mal ein bisschen näher hier dran. So, das ist meine Lösung. 3 mal E hoch Minus Pi Fünftel mal I. Okay. So, jetzt habe ich ja noch versprochen, dass ich am Ende des Videos für Anfänger nochmal hier ein bisschen was zu diesen Formeln sage. Dazu muss ich allerdings hier erstmal die Tafel wischen. Ja, beginnen wir hier oben erstmal mit der ersten Formel. Hier mit dem Cosinus die Formel. Da habe ich also die Cosinus-Funktion. Da muss ich die auch erstmal einzeichnen. Die sieht so aus. Und zwar ist die Achsen symmetrisch zur Ordinate. Also die Ordinate, das ist in der Schulmathematik die Y-Achse. So nennt man die. Allgemein nennt man die senkrechte Linie Ordinate. Ja, und diese Cosinus-Funktion hier, die ist eben Achsen symmetrisch zur Ordinate. Ja, und das heißt dann eben, wenn ich einen Winkel Phi habe, sage ich mal, hier ist Phi, und einen Winkel Minus Phi, der wäre dann hier, Minus Phi, dann habe ich beide Male den gleichen Funktionswert. Also Cosinus Phi, das ist der Cosinus von Phi hier, ist gleich dem Cosinus von Minus Phi. Das ist dieses Stück hier. Also dieses Stück hier ist gleich hoch wie dieses Stück. Ja, oder können wir als zweites Beispiel nehmen, gucken wir mal hier, nehmen wir mal an, Phi wäre jetzt hier, dann wäre Minus Phi hier, und dann hätte ich beide Male den Funktionswert Null. Das mal als zweites Beispiel. Ja, also ich habe hier also eine Achsensymmetrie zur Y-Achse, oder allgemein gesagt zur Ordinate, und dann gilt eben Cosinus Phi gleich Cosinus Minus Phi, weil diese Funktion eben achsensymmetrisch zur Y-Achse ist. Ja, und dann haben wir hier noch die Sinus-Funktion, die sieht, so geht es hier weiter, so, na, das habe ich jetzt ein bisschen zu groß gezeichnet. So, okay. Diese Sinus-Funktion hier, die ist jetzt nicht achsensymmetrisch, sondern punktsymmetrisch zum Ursprung, und das heißt eben, wenn ich einmal einen Winkel Phi habe, der ist, sage ich mal, hier, Phi, und ich habe einen Winkel Minus Phi, der wäre dann hier, dann habe ich umgekehrte Funktionswerte. Wenn ich hier bei Phi Sinus habe, das ist dieser hier, dann habe ich bei Minus Phi, habe ich Minus Sinus, also den gleichen Wert, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Ja, also bei Phi ist der Funktionswert so groß hier, wie dieses Stück, und bei Minus Phi ist er genauso groß, aber zeigt in die andere Richtung. Ja, das ist eben hier, Achsensymmetrie, und das ist Punktsymmetrie. Man kann das Ganze auch noch mal allgemeiner aufschreiben. Jede beliebige Funktion, also nicht nur hier diese Kosinus-Funktion, sondern jede, für jede beliebige Funktion, die achsensymmetrisch zur Y-Achse ist, gilt f von x, wobei x ist in unserem Fall der Winkel Phi, ist gleich f von Minus x. Und jede Funktion, die punktsymmetrisch ist, das ist also nicht nur die Sinus-Funktion, jede Funktion, die punktsymmetrisch zum Ursprung ist, für die gilt, f von x, ist das gleiche wie Minus f von Minus x. Ja, also das noch mal als kleine Wiederholung. Das lernt man ja im Abitur, beziehungsweise in der Matura, aber ich habe es eben noch mal kurz wiederholt. Ja, damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen. Ja, damit sind wir am Ende. Ja, damit sind wir am Ende.